Herzog Georg II. Erbauer und Reformator des Meininger Theaters. Vor, auf und hinter der Bühne. Landesoberhaupt Sachsen-Meiningens als Kulturförderer und Kulturgenießer. Absoluter, aber auch liberaler Herrscher und großer Reformator der Politik in seinem Herzogtum. Er zeigte Einsatz. Einsatz für Bildung und ärztliche Versorgung. Einsatz für Frauen und deren Gleichberechtigung. Einsatz im Wahlsystem, in der Kultur und auch für die Juden. So weihte er am 14. April 1883 mit dem Landrabiner Dr. Moritz Dessauer, den Meininger Katholiken und vielen weiteren berühmten Beamten die neue Synagoge der jüdischen Kultusgemeinde in Meiningen ein. Doch die eingeladene evangelische Gemeinde, allen voran Karl Schaubach, dem Hofprediger Herzog Georgs, boykottierten die Feier und kamen nicht zur Einweihung aus antisemitischen Gründen. Wir wollen nun durch ein Interview mit Herzog Georg II. diesen Sachverhalt aufklären und mit ihm über seine Bedenken gegen Antisemitismus sowie die Folgen für das Leben der Juden reden. Guten Tag, Herzog Georg II. Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Interview bereitstellen konnten und wir hoffen, das wird ein interessantes Interview mit Ihnen und ich fange auch gleich schon mit der ersten Frage an. Seit dem 25. Februar 1868 in Meiningen und seit dem 3. Juli 1869 im Norddeutschen Bund sind die Juden gleichberechtigt. Ist das auch in ihrem Leben so? Es dauert natürlich ziemlich lange, dass die Juden im richtigen Leben gleichgesetzt sind und die Juden müssen sich natürlich anpassen, damit sie überhaupt gleichberechtigt werden. Zum Beispiel in der Rechtsordnung und in der Kultur, sie müssen zum Beispiel am Sabbat arbeiten. Wir haben natürlich schon deutliche Fortschritte gemacht. Zum Beispiel haben die Juden schon drei Plätze im Landrat und es gibt viele erfolgreiche Juden, weil die natürlich bildungsorientierter sind und die führen meistens akademische Berufe aus. Es gibt auch schon eigene jüdische Schulen, die auch jüdischen Religionsunterricht anbieten. Und da ist es jetzt auch schon so weit, dass ein christlicher Religionslehrer mit 50 Schülern genauso viel verdient wie ein jüdischer Religionslehrer mit 10 Schülern. Daraus folgt natürlich der Neid und dazu kommen auch die Vorurteile und dann sind wir ganz schnell beim Antisemitismus. Wie würden Sie den Antisemitismus definieren? Ich definiere allgemein nicht so gerne, aber man kann sagen, dass es allgemein der Hass auf Juden bzw. die Judenfeindlichkeit ist. Welche Gründe gäbe es denn für diesen Antisemitismus? Also neuerdings werden die Juden ja als Rasse gesehen, die von Grund auf böse sind, also die können nichts dagegen machen. Und dies hat wirtschaftliche und soziale Hintergründe, denn Juden sind meist erfolgreicher und die reichsten Männer des Landes sind Juden. Und erfolgreiche Banken werden auch meistens von Juden geführt. Können Sie zu dieser Thematik Stellung beziehen? Ja, also ich finde, das ist ein Verbrechen gegen den Staat und am liebsten sollte man das alles durch Polizei widerstrecken. Also ich meine, wohin soll denn dieser Rassenhass führen? Ich meine, im Endeffekt ist es ja lächerlich. Also das sind einfach nur schwachsinnige Menschen, die sich so einen Blödsinn ausdenken. Sie sind der Gegner des Antisemitismus. Wer hat eigentlich die gleiche Haltung wie Sie? Können Sie mir da jemanden nennen? Also ich nehme viele andere, sind natürlich voll dagegen und am wichtigsten ist ja meine Frau, die Helene und mein guter Freund, der Ludwig Kronig. Ludwig Kronig ist ja auch ein Jude. Könnten Sie mir bitte mal die Freundschaft zwischen Ihnen und Herrn Ludwig Kronig erläutern? Also ich und mein Freund Ludwig, wir unterstützen uns, wo es noch geht, gegenseitig und mögen uns wirklich. Und wir beide und meine Frau Helene, wir sind wirklich ein gutes Trio. Also ist Ihre Freundschaft sehr ähnlich? Ja, natürlich ist unsere Freundschaft ähnlich, aber es herrscht natürlich auch Abstand, weil ich bin ja der Herzog und er ist einer meiner aus allen. Trotzdem unterstütze ich ihn finanziell, wo es noch geht, weil ich habe ihn ja sehr gerne. Aber auch andersherum unterstützt er mich natürlich, wo ich noch kann. Meine Frau Helene hat auch schon gesagt, dass Ludwig mein Freund und Untertan zugleich ist. Und das passt auch sehr gut, denn was wäre ein Herr ohne seinen Untertan? Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Ludwig Kronig und Herzog Georg II. war das Interesse am Theater. So reformierten sie bald das Theater und brachten eines der berühmtesten Schauspieler-Ensembles Europas heraus. Wobei Ludwig Kronig als Intendant, Herzog Georg II. als Unterstützer und Helene als Schauspielerin agierten. Hat Ludwig Kronig eigentlich Probleme im Theater, weil er Jude ist? Ja, ein paar, doch da er einen hohen Kultur- und Bildungsstand hat, schätzen die Antisemitisten ihn auch. Gibt es viele Antisemiten im Theater? Ja, ein paar, aber wie gesagt, das hält sich in Kärzen. Welche Vertreter des Antisemitismus könnten Sie mir im Volk nennen? Also es gibt den sogenannten Landbund, das ist ein Zusammenschluss verschiedener Bauern im Umkreis und die halten öfter mal Versammlungen ab. Was halten Sie eigentlich von den antisemitistischen Versammlungen? Was tun Sie eigentlich dagegen? Also es ist ja in diesen Versammlungen schon so, dass sie versuchen wollen, dass durchgesetzt wird, dass überall man nachweisen muss, ob man jüdischer Herkunft ist. Ich weiß, da würde ich was draus werden, es ist so ein großer Rassenhass und deswegen stecke ich meinen Landrat dorthin und der kontrolliert das dann und wenn das dann zu extrem wird, also wenn da ein Wort von Rassenhass getredigt wird, dann wird die Versammlung sofort geschlossen. Also an den Wissen hätte ich ja auch die Anfänge von diesem neuartigen Antisemitismus sofort gestoppt. Wann waren diese Anfänge und wer hat diese eigentlich begründet? Also das Ganze fing ab 1800 an, welches sich dann ständig weiterentwickelt hat und ab 1879 gab es dann auch diesen Antisemitismus mit Rassenhass. Es gibt da einen Mann namens Adolf Stöcker, der sagt über sich selber, er sei der Begründer dieser antisemitistischen Bewegung. Also er sagt, dass die ganze Gesellschaft verjudet wäre und er begründet es mit sozialen Aspekten und es ist sogar so weit, dass er riesige Kongresse veranstaltet, was eigentlich total bescheuert ist und alle Leute dort, die sind genau derselben bescheuerten Meinung. Danke für das ausführliche Interview. Gut, nun kommen wir speziell zur Thematik der Einweihungsfeier der Synagoge. Unsere evangelische Gemeinde ist anscheinend auch der selben Auffassung wie dieser Adolf Stöcker. Am 13. April 1883 boykottierten sie die Einweihung unserer Synagoge hier. Die Katholiken und andere hohe Beamten waren zwar anwesend, aber die evangelischen Pfarrer und Karl Schaubach fehlten. Man muss dazu sagen, dass es schon vorher Spannungen in der evangelischen Gemeinde zwischen ihnen gab. Also kann man daraus resultieren, dass das Verhältnis zwischen ihnen eher schlecht ist? Ja, es war und ist auch noch nie das Beste gewesen. Wie religiös sind Sie als Landeskirchenoberhaupt? Also ich bin der evangelische Protektor, das heißt ich muss in meinem Märzvertretung die evangelische Kirche schützen, obwohl ich nicht so glücklich darüber bin, wie es momentan in meiner Gemeinde läuft. Was stört Sie am evangelischen Glauben? Also ich will, dass es mehr Nieder gibt als Predigen, weil es wird viel zu viel gepredigt, damit die Kunst mit dem Glauben verbunden wird. Und mich stört auch der Karl Schaubach, denn ich finde den Mann einfach niveaulos. Und alle Fahrer sind allgemein viel zu altmodisch und dieser Karl Schaubach, der ist einfach immer. Ja, da ich immer wieder provozierte, aber ich habe nie übertrieben, da ich ja immer noch das Oberhaupt der Kirche in meinem Herzogtum bin und ich habe meiner Kirche ja auch schon so viel Mitspracherecht verstanden. Ja, da ich immer noch das Oberhaupt der Kirche in meinem Herzogtum bin Ja, da ich immer noch das Oberhaupt der Kirche in meinem Herzogtum bin Ja, da ich immer noch das Oberhaupt der Kirche in meinem Herzogtum bin Ja, da ich immer noch das Oberhaupt der Kirche in meinem Herzogtum bin Ja, da ich immer noch das Oberhaupt der Kirche in meinem Herzogtum bin Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020